Der CDU-Vorsitzende Merz, er hat da mit Blick auf die AfD, vor der er gewarnt hat, Triggerwarnung, Achtung, kein Partner geht überhaupt nicht, dürft ihr nicht wählen, Nichtwahlempfehlungen abzugeben über Mitbewerber. Das ist also, wie wenn ich in der Wirtschaft sage, kaufen Sie nicht die Zeitung meines Konkurrenten. Das ist ja die absolute Bankrotterklärung, das ist ja fast schon erbärmlich, wenn man das machen muss. Wenn Sie dazu aufrufen müssen, bei Ihrem Konkurrenten nicht einzukaufen, dann kann Ihr Produkt nicht sehr viel wert sein, Entschuldigung, das ist einfach eine Erkenntnis aus der Marktwirtschaft. Und der sagt, der Friedrich Merz sagt, prorussische Positionen sind für uns kein Thema, sind für uns auch keine Partner, die solche Positionen, prorussische Positionen vertreten. Ich habe mich einfach gefragt, als ich das gelesen habe, was ist denn eigentlich eine prorussische Position? Also wenn ich sage, wir sollten Russland nicht mit einem Atombombenteppich überziehen, ist das eine prorussische Position? Wenn ich sage, es war ein Kapitalfehler der Amerikaner, die NATO-Osterweiterung, auch gegen den Willen eines Teils der ukrainischen Bevölkerung in die Ukraine durchzustieren, bin ich dann ein prorussische oder bin ich ein prorukrainer, der, wenn man nämlich nicht diese NATO-Osterweiterung da hinein versucht hätte, diese ganzen Verträge, über die wir auch gestern gesprochen haben, Oktober 2021, das ist ja eine prorukrainische Position, weil der Ukraine eben dadurch das ganze Unheil erspart geblieben wäre, was wiederum keine Rechtfertigung dessen ist, was die Russen machen. Ich glaube nicht, dass Putin es darauf angelegt hat, einen langen Krieg zu führen. Ich glaube, er wollte mit dieser übererdrückenden Truppenpräsenz und dann diesem Einmarsch, wollte er Verhandlungen erzwingen.